Verletztes Bärenbaby wurde von einem Mann aufgenommen. Jahre später geschah Entsetzliches. Jack war ein stämmiger Mann und hatte sich für ein Leben in der Einsamkeit der Rocky Mountains entschieden. Vor ein paar Jahren war er noch ein Manager in einem großen Konzern. Doch der ständige Stress und Leistungsdruck setzten ihm sehr stark zu. Er stand kurz davor, einen Burnout zu erleiden und beschloss somit, die Reißleine zu ziehen und seinen gut verdienenden Job an den Nagel zu hängen. Seit er sich tief in die Wälder bei dem See namens Michael Lake in British Columbia zurückzog, ging es ihm wieder besser. Bei dem See baute er sich eine passable Hütte und lebte unter anderem von der Jagd. Er hatte sich zu diesem Zweck sogar einen Räucherofen gebaut, um das Fleisch haltbarer zu machen. Ein Dieselgenerator erzeugte den Strom und sorgte für ein wenig Luxus. Die Zeit für Jack war nun wieder gekommen, seine Vorräte aufzustocken und er schnappte sich sein Gewehr und seinen Mantel, um wieder eine kleine Erkundungstour in die weiten Fluren der einsamen Wälder zu starten. Natürlich musste er stets auf der Hut sein, denn es gab in dieser Gegend neben Berglöwen auch den gefährlichen Grizzlybären. Er war schon eine Weile unterwegs, da vernahm seine Ohren ein leises Wimmern. Jack beschloss der Sache auf den Grund zu gehen. Das Unterholz war sehr dicht und es knackte unter seinen Schritten. Seltsamerweise hörte das Wimmern trotz der Geräusche der brechenden Äste unter seinen Schuhen nicht auf. Das Wehklagen wurde lauter und Jack war sich sicher, dass er hinter dem nächsten Busch den Grund erfahren würde. Mit dem Gewehr im Anschlag umrundete er mit größter Vorsicht den Busch und sah erstaunt auf das kleine Wesen, das vor ihm auf dem feuchten Waldboden kauerte. Es war ein Grizzly-Junges, vielleicht nur zwei, drei Monate alt. Das junge Tier hatte entlang der Flanke eine tiefe Wunde. Offenbar lief es durch die Schmerzen einfach los und brach hier dann vor Erschöpfung zusammen. Plötzlich knackte ein Ast in der Nähe. Jack war sehr angespannt, immerhin konnte seine Mutter in der Nähe sein und mit einem ausgewachsenen Grizzly war nicht zu spaßen. Diese Tiere waren für ihre Aggressivität bekannt. Doch es war nichts von einem Bären in der Nähe zu sehen und Jack widmete sich wieder dem kleinen, verängstigten Jungtier. Er hatte die Waffe schon im Anschlag und wollte das schwer verletzte Tier von seinen Qualen erlösen. Da blickte ihn dieser kleine Grizzly-Bär tief in die Augen. Für einen Moment fühlte sich Jack dem Tier in einer Art verbunden, die er mit Worten nicht hätte beschreiben können. Als er wieder zu sich kam, schulterte er sein Gewehr und nahm seinen großen Rucksack ab. Nun setzte er sich zu dem Jungen und prüfte, ob sich der Kleine von ihm anfassen ließe. Der kleine Bär rührte sich aber kaum und Jack beschloss, ihn mit zu sich nach Hause zu nehmen. Vorsichtig nahm er ihn und schob ihn mit den Beinen voraus in den Rucksack. Als der kleine Grizzly wimmerte, redete er ruhig auf ihn ein. Er nahm eine Decke und stülpte sie über den Kopf des Jungtiers, was das arme Tier zusätzlich beruhigte. Er schulterte den kleinen Bären und stapfte in Richtung seiner Hütte. Der Weg war beschwerlich, da er den Rucksack immer wieder abnahm, um nach dem kleinen Bären zu schauen. Nachdem er erschöpft in seiner Hütte ankam, legte er den Bären auf seinen Tisch und untersuchte die Wunde. Das Tier schien mittlerweile bewusstlos zu sein und Jack säuberte seine Wunde und begann sie zuzunähen. Dann nahm er den Verband und wickelte ihn um den Bären. Jack suchte noch ein paar Decken zusammen und legte den kleinen Bären hinein. Während das Jungtier schlief, baute Jack einen kleinen Laufstall mit Gitter. Nachdem er fertig war, legte er das kleine Tier vorsichtig hinein. Am nächsten Morgen schien der kleine Bär aufgewacht zu sein und machte zumindest andere Geräusche als am Vortag. Na du kleiner Racker? Ich muss dir wohl noch einen Namen geben. Jack überlegte. Hm, ich denke, ich werde dich Bandit nennen. Der kleine Bär schnaubte, so als wolle er wohl sagen, dass ihm das egal sein würde. Ich bin bald wieder da, Bandit. Ich muss dir etwas Milch besorgen, sagte Jack mit kräftiger Stimme. Er ging zu seinem Nachbarn Anouk. Sein Freund war vom Stamm der Schoschonen und sie lernten sich vor zwei Jahren bei der Jagd kennen. Seine Hütte lag südwestlich, etwa zehn Meilen entfernt. Anouk saß vor seiner Hütte und reparierte ein Fischernetz. Jack begrüßte ihn und fragte ihn, ob er noch etwas fetthaltige Milch haben würde. Anouk runzelte die Stirn und fragte, Ich dachte, du trinkst nur Wasser. Wofür brauchst du denn die Milch? Jack erzählte seinem Freund, das er lebte, was Anouk noch mehr zum Staunen brachte. Er ging in die Hütte und brachte ein paar gekühlte Milchtüten heraus. Anouk gab Jack auch eine alte Babyflasche. Einst hatte er selbst einen Wolf mit der Flasche großgezogen. Er gab seinem guten Freund noch einen Rat mit auf dem Weg. Sei vorsichtig, Jack. Es ehrt dich, dass du das Junge gerettet hast. Aber nimm dich in Acht. Seine Mutter könnte nach ihm suchen. Jack nickte und machte sich auf den Weg zurück. Zu Hause angekommen, konnte Bandit sich offenbar aus dem Käfig befreien und richtete ein echtes Durcheinander an. Der kleine Rabauke schrie vor Hunger. Seufzend füllte Jack die Milchflasche und hielt sie Bandit unter die Nase. Der kleine Bär überlegte nicht lange und begann gierig zu trinken. So ging das gut zwei Monate. Bandit nahm nach und nach an Gewicht zu und erholte sich von seinen Verletzungen. Eines Morgens nahm Jack Bandit wieder mit nach draußen, um mit ihm zu spielen und dem Bärenkind beim Erkunden der Welt zuzusehen. Plötzlich überkam Jack ein tiefer Schauer. Er hatte das Gefühl, als würde ihn irgendetwas in der Nähe beobachten. Ein unangenehmer Blick richtete sich auf ihn. Sogar die Vögel hörten auf zu singen. Jack beschloss, seinen kleinen Freund wieder ins Haus zu bringen und alles gut abzuschließen. In der darauf folgenden Nacht hatte er das Gefühl, als würde er etwas Großes um die Hütte schleichen. Es kam ihm so vor, als würde er etwas an der Türe kratzen. Auch Bandit wurde unruhig und Jack nahm das Gewehr in die Hand, als das unheimliche Wesen wieder in die Nacht verschwand. In den nächsten Tagen und Wochen kam es immer wieder vor, dass ihn etwas beobachtete. Doch schienen er und Bandit nicht in Gefahr zu sein. Er sagte zu sich, dass es nicht so weitergehen konnte. Er sperrte Bandit ein und ging mit seinem Gewehr in die Wildnis hinaus. Er war wohlmöglich schon fünf Meilen von der Hütte entfernt. Da hörte er hinter sich etwas laufen. Jack drehte sich um und richtete seine Waffe aus. Plötzlich bog um den Bus Spendelt, der ihn quiekend gesucht hatte. Wie bist du bloß aus der Hütte gekommen, staunte Jack nicht schlecht. Er legte das Gewehr zur Seite und umarmte seinen kleinen Freund. Auf einmal knackte es hinter ihn. Jack drehte sich nach hinten und wollte schon sein Gewehr greifen. Da schrie ein unbekannter Mann, der ihn warnte, es nicht zu tun. Es waren insgesamt drei grimmige Männer, alle bewaffnet mit Gewehren, die sie nun auf Jack richteten. Diese drei Männer waren eindeutig Wilderer, denn sie hatten mehrere Bärenfallen an ihren Gürteln hängen. Einer dieser Männer kam auf Jack zu und schlug ihn zur Seite. Ein anderer warf ein Netz auf Bandit und fesselte seine Beine. Bandit schrie laut nach seinem Freund, er möge ihm doch helfen. Jack lag am Boden und ein Mann drohte ihm mit einem Messer. Ja, plötzlich sprang eine große Grizzlybären aus dem Unterholz und griff sofort die Wilderer an. Mit einem mächtigen Hieb streckte sie den Mann mit dem Messer nieder und griff sofort danach die anderen an. Instinktiv griff Jack nach Bandit und löste seine Fesseln, hob ihn hoch und rannte mit ihm davon. Er lief und lief und wagte sich nicht umzudrehen. Bandit piepste kleinlaut in der Ferne, hörte er das Gebrüll des Bären. Die Männer schrien vor Entsetzen und auf einmal war alles still. Offenbar waren sie so überrascht von dem Angriff des Bären, dass sie keine Zeit mehr hatten, von ihren Waffen gebraucht zu machen. Nach gut drei Meilen brach Jack vor Erschöpfung zusammen. Bandit krabbelte zu ihm und leckte ihm die Hand. Er wollte sich schon aufrichten. Auf einmal sah Jack, wie die Grizzlybären keine zehn Meter von ihm entfernt aus dem Busch stapfte und ihn bedrohlich ansah. Jack stockte den Atem. Sein Gewehr hatte er beim Überfall verloren und war nun dem riesigen Bären ausgeliefert. Auf einmal stupste Bandit ihn mit seiner feuchten Nase an und die beiden sahen sich tief in die Augen. Und Jack fing endlich an zu begreifen, die Bären war seine Mutter. Sie ist immer um die Hütte geschlichen und hat sie beide beobachtet. Offensichtlich hat sie erkannt, dass Jack ihrem Jungen geholfen hat zu überleben. Jack umarmte mit Tränen in den Augen seinen so liebgewonnenen Freund und ließ ihn dann los. Bandit ging voller Freude auf seine Mutter zu. Sie leckte sofort ihr Junges ab und gab wohlwollende Geräusche von sich. Sie sah Jack noch einmal an, drehte sich um und ging mit seinem Bandit in das nächstgelegene Dickicht. Jack war in diesem Moment sowohl traurig als auch glücklich. Sein kleiner Freund war nun in Sicherheit. Seine Mutter würde gut auf ihn aufpassen. Zufrieden machte er sich auf den Weg nach Hause. Am nächsten Tag machte er sich zu seinem Freund Anouk auf, um ihm von dem Erlebten zu erzählen. Mit Anouks Funkgerät verständigten sie die Behörden, um die Wilderer aufzuspüren. Die drei Männer konnten aber nicht mehr ausfindig gemacht werden und man vermutete, dass sie gefährlichen Tieren wie Bären zum Opfer gefallen sein könnten. In den kommenden Jahren erblickte Jack immer wieder einen Grizzly in der Nähe der Hütte, der ihn aus der Ferne beobachtete und dann wieder wegging. Jack vermutete, dass es sich um Bandit handelte, der immer wieder nach seinem einstigen Freund und Beschützer Ausschau hielt.